Einen wunderschönen guten Tag! Ich stehe hier in Würzburg und bemerke, der Frühling hat angefangen. Dementsprechend bin ich auch wunderschön gekleidet, denn heute geht es aufs Frühjahrsvolksfest in Würzburg. Zuvor wird aber noch gearbeitet. Wir nehmen jetzt noch ein Einfamilienhaus auf und machen später noch eine Übergabe von einer Mietwoche. In dem Sinne immer fleißig im Wählen Franz Josef Distler hier in Würzburg. Wenn Sie auch etwas verkaufen wollen, geben Sie mir Bescheid. Ich bin da für Sie. Ja, bis bald! Schöne Grüße! Tschüss!